Hä? Achso. Ich denke schon. So. Da waren wir gewesen. Wisst ihr, was das Symbol des Auges für die Magi bedeutet, Nemesis? Nein? Die Magi waren stets bemüht, ihr Wissen zu mehren. Sie wollten alles über die Welt erfahren, alles sehen. Diese Augen symbolisieren ihr Streben nach Erkenntnis. Es ist das allsehende Auge, das wissende Auge. Wie sie, dachte auch ich lange Zeit, dass man alles erforschen kann. Doch manche Dinge entzieht sich unserem Verständnis. Sobald man das akzeptiert, ist man weiser. Ja, dann akzeptiere mal, dass diese Rätsel hier sich definitiv deiner Kenntnis entziehen. Okay, und prompt zum nächsten Rätsel. Zum nächsten Rätsel, zum nächsten Rätsel. Ach du Schande. Na gut, das kann ja was werden. Gut, ich weiß jetzt nicht inwiefern, welche Rätsel jetzt pflicht sind und welche nicht. Deswegen, was ist das? Deswegen mach ich das einfach mal. Äh, was? Na gut, okay. Was auch immer. So, was muss ich jetzt machen? Ja, was muss ich machen? Ich weiß es nicht. Also noch weiß ich es nicht. Aua! Au! Aua, ernsthaft? Aha. Ah, ich verstehe. Glaube ich jedenfalls. Ah, okay. Gut, gut, dann weiß ich Bescheid. Lalalala, muss ich mich jetzt jedes Mal opfern? Okay. Dann bin ich jetzt tot. Dann muss ich jetzt warten. Und mich hier opfern. Okay. Und mich hier opfern? Passt das? Habe ich denn jetzt insgesamt vier? Yo. Ups. Und jetzt hier. Bam. Ja, super. Freue ich mich. Also. Ich freue mich nicht, dass er... Ich habe es doch geschafft. Ach so. Puh. Die Erkenntnis. Alles klar bei euch, Nemesis? Ihr seid etwas blass um die Nase. Ja, mach du doch mal solche... Ich verstehe nicht ganz, was hier vorgeht. Es ist fast so, als hätte ich gewisse Dinge vergessen. Hm. Ich schlage dich gut. Fast so, als würde die diesen Ort bereits kennen. Diesen Ort bereits kennen. Das ist mir schon aufgefallen, als wir zum ersten Mal hier begegneten, Nemesis. Das habe ich jetzt falsch gelesen, oder? Ihr seid wirklich etwas Besonderes. Aber natürlich bin ich etwas Besonderes. Meine Mama sagt, du bist etwas ganz Besonderes. Hu. Ha. Ha. Hu. Hu. Ha. So, und was habe ich jetzt davon? Es geht immer weiter und... Oh. Was? Hier war ich schon, aber... Ein... Muss ich... Muss ich die vier jetzt aktivieren? Yo. Ich glaube, ich muss tatsächlich... Okay. Wir müssen insgesamt die vier Magelliten hier aktivieren. Wobei ich mir natürlich die Frage stelle... Wir konnten jetzt den einen Weg... Den haben wir doch hier schon... Haben wir den noch nicht genommen? Doch, wir haben den... Ach nein, wir haben den noch nicht genommen. Natürlich nicht. Ach, ernsthaft. Hä? Bin ich jetzt doof oder was? Komm. So. Den ersten haben wir. So. Und jetzt gucken wir... Nach dem dritten. So. Zack und zack. Dankeschön. Ja, das wird hier immer bunter. Jetzt höre ich auch noch Geräusche. Bla, bla, bla. Die Frage ist, müssen wir jetzt wirklich diesen Weg gehen? Können wir jetzt nicht irgendwie ein Rätsel überspringen oder so? Ja, ja. Mhm, mhm. Ja, ja. Mhm. Okay. So. Ich möchte jetzt aber hier lang. Das geht nicht. Hier rüber geht nicht. Okay. Hier nach oben geht es auch nicht. Jetzt möchte ich mal ganz kurz gucken. Wir sind ja hier lang gelaufen, wo die Margeliten sind. Hier gab es doch, wenn ich mich recht entsinne. Jawohl. Bitte, bitte, bitte. Ja. Gut. Das heißt, für den Fall, dass wir gleich bei dem einen Rätsel wieder versagen sollten, beziehungsweise für den Fall, dass ich versagen sollte bei dem einen Rätsel, ähm, hier waren wir jetzt, ja? Gut, okay. Hier geht es aber auch noch weiter, ne? Hm. Jedenfalls, falls ich da wieder versagen sollte und gefangen sein sollte in dieser komischen Truhe, weil ich es jetzt ein bisschen anders versuche, dann können wir ruhig, ruhigen Gewissens... Ach nein, hier waren wir ja schon. Entschuldigung. Dann können wir natürlich ruhigen Gewissens nochmal neu starten. Das ist dann alles kein Problem. Nein, das mache ich nicht. Wir müssen nach hinten, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ich habe mal geguckt in eine Komplettlösung. Das heißt nicht, dass ich eine Komplettlösung geguckt habe, sondern dass ich einfach nur wissen wollte, wie lange das ungefähr dauert. Jetzt probiere ich das hier auch mal. Ne, leider nicht. Leider nur mit ihr. Und, ähm, allzu lange dauert es wohl nicht mehr. Allerdings, äh, bei dem Geschick, den ich hier an den Tag lege, welche sich hier an den Tag lege, hat das noch nicht viel zu heißen. So, wir sind jetzt schon ein bisschen... Ein bisschen kennen wir das ja schon, ne? La, la, la. Hui. So. Die Frage ich. So, wir müssen jetzt hier rüber. Hilfe, ich stecke fest. So, ja, ja, ja. So, okay. Hui. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war. Ups. Ne, das war jetzt so nicht ganz richtig. Aber ist nicht schlimm. Wir sind ja Kummer gewöhnt. So, ähm, nee. Das war doch jetzt anders, oder? Ähm. Okay, ich bin auf dieser Ebene. Ja, ich muss ein bisschen gucken. Hä? Muss ich das hier machen? Entschuldigung. Ich muss in die Richtung, nicht in die Richtung. Ja, sorry. Na komm. Und hopp. So. Okay. Problem, das ich hab. Dass ich blöd bin. Irgendwie hab ich da was falsch erstanden, oder? Ähm. Das war doch anders. Bin ich jetzt doof? Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Ne, das ist doch richtig. Ach. Ne. Eben nicht. Ich muss ja... So geht das natürlich auch nicht. So, lalala. Hä? Jetzt, ich bin ein bisschen... Hä? Na komm. Hopp. Alter, wie schön grün das leuchtet, das Schwert, ne? Nein, nein, nein. Hm. Das war anders. Wieso, wenn ich jetzt hier drauf bin, ja? Okay, wenn wir hier drauf sind... Ach. Ne. Ist doch genauso falsch, oder? Nein, das ist richtig. So, jetzt ergibt alles einen Sinn. Natürlich, guck mal hier. Seht ihr da oben die Kiste? Ich war direkt hinter der Kiste. Natürlich bin ich da kleben geblieben. So, jetzt wird ein Schuh draus. Alter. Na nun. So, der zweite Magielid. Aber das Problem ist jetzt... Wie kommen wir jetzt weiter? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Ähm. Ich will mich ja nicht beklagen. Hä? Moment mal. Das war vorher noch nicht so, oder? Aha. Was ist das? Oh, oh. Das sieht mir nicht gut aus. Das sieht mir nicht gut aus. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Schande, Schande, Schande. Was? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Hilfe. Aha. Ah, ja. Ah, okay. Ich weiß, was ich machen muss. Glaube ich jedenfalls. Oder? Weiß ich's nicht. Nee, ich weiß es nicht. Okay. Der hat sich auf der einen Stelle bewegt. So, heißt... Heißt das jetzt? Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Ja, ist doch gut. Ähm. Hilfe. Hilfe? Ja, super. Was wollt ihr von mir? Ja. Ich kann alle locker abwehren. Das ist gar kein Problem. Nein. Hä? Hilfe? Was wollt ihr von mir? Okay. Es gibt drei Kreisel, ja? Bewegen sich alle... Hm. Ich peile momentan das Rätsel nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. So, das ist ein Kreisel. Ja, okay. Der aktiviert das. Und ich kann mich nicht bewegen, solange... ...bis die drei Kreisel nicht alles... Ja, okay. Ach, warte mal. Geht mal weg. Was ist hiermit? Kann ich denn das hier... Geht doch mal weg jetzt. So, kann ich das hier wegbewegen? Nein. So, und was möchtest du jetzt? Hilfe? So, ich kann mich leider nicht in drei teilen. So, er verfolgt mich, aber warum? Hm. Okay, das ist bestimmt ein ganz blödes Rätsel, wo man ganz blöd denken muss. Und blöd denken kann ich ja. Okay, wir haben hier Kreisel. Der kommt hier hin. Und zwei Kreisel gehen davon ab. Und dann wird das und das hier aktiviert. Und ich kann mich... Was? Hä? Habt ihr das gesehen, Nemesis? Sie haben sich mithilfe dieses... ...Dings dupliziert. Nur gut, dass das nicht passiert, wenn man drauf tritt. Hahaha, witzig. Schließlich kannst du in dieser Welt nur ein Nemesis geben. Wie jetzt? Habe ich jetzt das Rätsel... Hä? Das erklär mir jetzt mal bitte. Schaut. Es sieht wirklich so aus, als müsstet ihr diesen Abgrund überqueren. Ich an eurer Stelle würde dafür sorgen, dass ich nicht abstürze. Ich kann mich nicht des... Was? Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass man nie auf dem Boden landet, wenn man hier fällt. Ich frage mich, wie es wohl ist, ewig zu leben. Ich nicht. Ich schätze, es könnte ganz schön langweilig werden. Och, nö. Besonders am Ende. Am Ende aller Tage. Ja, super. Okay. Wir haben hier ein Stück Brücke gesichert jetzt, ja? Das hilft mir aber nicht wirklich weiter, oder? Oh, oh, nein. Hör. Es ist unsichtbar. Eine unsichtbare Brücke. Und ich weiß nicht... Hör. Hilfe. Ich weiß, ehrlich gesagt, null, wo ich langlaufe. Das wisst ihr, ne? Hilfe. So, ah ja, okay. Alter, ich kriege hier total den Flash. Und nicht irgendwie einen Flash der guten Sorte. Also hier, äh, ne? DC Flash und so. Hilfe? Was denn jetzt? Ah ja. Hilfe! Könnte mir jemand vielleicht mal helfen? Erklären, was hier vor sich geht? Nein? Ne, muss ja auch nicht. Hast du recht. Ähm. Okay. Ich bin jetzt hier hinter. Komm jetzt hier lang? Oder auch nicht? Ich kann jetzt hier wieder hoch. Dann komm ich hier wieder hoch. Komm jetzt da lang? Hilfe! Hilfe! Und dann da lang? Aber nicht weiter. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Vielen Dank.